so ich bin jetzt hier am grände parkplatz und lauf mal ein stück hoch mal gucken ob ein flug geht soll ein bisschen starker wind sein zum nachmittag hin wenn nicht dann lauf ich wieder runter aber mal schauen das ist ja eine schweißtreibende angelegenheit ich hoffe nur dass ich oben noch starten kann und der wind nicht zu stark ist das wäre super schauen wir mal das brauche ich jetzt auch eine hitze so 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 Da unten ist die Landwiese neben dem Häuschen Da habe ich mich im letzten Schattenfleckchen versteckt Jetzt noch zusammenpacken, aber das geht ja schnell Das ging ja mal schneller, ein bisschen Übung gehört schon Das ging ja mal schneller, ein bisschen Übung